Willkommen Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Hero of the Kingdom 2. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Wunderbar, wir sind hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt theoretisch gegen diesen Goblin kämpfen. Hier seht ihr mit dem hier gekreuzten Klingen darüber. Wenn ich den Kobalt schlage, bekomme ich das ganze Getreide zurück. Brauche ich dafür allerdings einen Säbel, genau, und 8 Energie, die ich auch nicht mehr habe. Was haben wir hier hinten? Vielleicht kann ich den Kobalt auf den Geruch von frischen Fischen weglocken. Solange er weg ist, kann ich das ganze gestohlene Getreide nehmen. Ich brauche 5 Fische. Okay, interessant. Aber erstmal machen wir hier die Quests weiter. Der Knecht hat die Aufgabe bekommen, einen Zaun an der Hinterseite der Bewirtschaftung zu bauen. Der Arme ist schon sehr müde und kann nicht mehr weiterarbeiten. Der ausgeschöpfte Knecht hat mich gebeten, um ihm mit dem Bau des Zaunes zu helfen. Das Holz für den Zaun ist schon bereitgestellt im Wald. Es reicht, es hierher zu bringen und dann können wir mit dem Zaun anfangen. Okay, dann können wir den Zaun fertigstellen. Wir brauchen allerdings 6 Energie, 6 Kraft und 4 Holz. Haben wir beides noch nicht? Wir werden das erstmal holen, das ist okay. Oh, 4? Oha. Okay, dann werden wir jetzt erstmal hier runter gehen. Von oben nehme ich wieder rein. Oh, was ist das denn? Das ist aber nicht so toll. Wer ist denn das hier? Ich grüße, mein Name ist Hakin, Fahnder. Er ist ein Steuerfahnder. Ich suche verlorene Leute. Hast du dich verloren? Ich habe mich dem Fahnder Hakin vorgestellt und ihm gesagt, woher ich komme. Für einen Augenblick wurde er nachdenklich. Dann schüttelt er den Kopf. Nein, nein, Junge. Dich suche ich nicht. Ich suche nach verlorenen Matrosen. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Der Fahnder Hakin bemerkte verlorene Kisten entnehmen vom Schiffswrack. Er hat mir bald eine Belohnung versprochen, wenn ich sie ihm bringe. Ja, Schiffswrack ist Kauch auch kein einfaches Wort. So, die 4 habe ich schon gesehen, alle. Ich liebe es, Dinge auf dem Bildschirm zu suchen. Das macht mir sowas von Spaß. So, da ist ein kleines Häkchen entstanden. Der Fahnder hielt sein Wort und gab ihm eine großzügige Belohnung und dann hat er angefangen, die Kisten zu durchsuchen. Es muss hier irgendwo sein. Ah, ich hab's. Das Logbuch. Das wird ein interessantes Lesen. Eine Weile, wo habe ich Hakin beobachtet, wie er verschiedene nützliche Sachen aus den Kisten rausnimmt. In dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich auch ein paar verlorne Kisten für mich selbst suchen könnte. Erhalte zwei Kenntnisse. Okay. Klug. Achso, hier sind die Fässer. Die Fässer, die sind entstanden. Krabben. Okay, da ist eine Krabbe drin gewesen. Oh, und Fisch auch noch. Okay, gleich mehrere Dinge. Das ist ja interessant. So, dann schauen wir mal, wo könnte hier noch eine Kiste entstanden sein? Das ist natürlich ziemlich mies, weil hier hinten auch noch Kisten stehen, aber es sind nicht die, die ich sammeln kann. Soweit ich sehe, war es das... Hier ist vielleicht noch eine. Ne, doch nicht. Keine mehr. Okay. Jetzt also keiner mehr. Was braucht er nochmal? Ach genau, der will einen Sack Mehl haben. Ich hab doch einen Sack Mehl, oder nicht? Ich könnte Mehl zu Dings machen. Mal ganz kurz gucken nochmal, was hier wirklich fehlt. Ah, hier oben war ganz ein Grieße, kann das sein? Hier. Gefunden. Da haben wir ein paar Blümchen gefunden, oder Blüten, 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 Blümen, Blumen, wie auch immer. Ja, ich bin schon zur Luft zum Reden. Okay, oh, eine Schaufel, das ist sehr nützlich. Statt sie schon später zu kaufen, teuer, können wir sie... Achso, ich brauch 15 Ruf. Ah, ich dachte, ich kriege 15 Ruf. Okay, dann verstehe ich das, warum ich die Quest nicht abschließen kann. Wenn wir mal ganz kurz hinten hingehen. Hier wird es sicherlich auch was geben. Da ist nämlich noch eine Kiste. Fünf Anglerhaken, das ist schön. Da haben wir schon wieder eine neue Quest. Die haben wir auch noch eine Dings. Noch ein neues Fässchen. Oh, zwei Körbe, das ist sehr nice. Das ist sehr schick, aber erstmal machen wir die Quest hier noch. Junge, komm her, ich brauch deine Hilfe. Der alte Mann will, dass ich ein Fass mit Fischen zur Bäckerin, die bei der Mühle wohnt, bringe. Weil dich, Junge, die Bäckerin hat schon bestimmt frisches Brot für uns vorbereitet. Guck mal, Brüderherz, die Halskette ist schon fertig. Ist sie nicht schön? Meine Schwester gab mir die Halskette, die sie aus regenbogenfarbigen Muschelschalen anfertigte. Sie ist wirklich schön, wenn sie in der Sonne in allen Farben schimmert. Zum ersten Mal nach dem unglücklichen Erdbeben sehe ich meine Schwester lächeln. Oh, wie süß. Du kannst die Halskette behalten. Eigentlich habe ich sie für dich gemacht, Brüderherz, weil ich dich lieb habe. Oh, wie niedlich. Putzig, putzig. Okay, sonst sehe ich hier keine Kisten, die wir mehr mitnehmen können. Und gleich muss ich auch mal schlafen gehen, weil ich keine Energie mehr habe. Die Bäckerin wartet schon an der Tür auf mich. Ich gab ihr gleich den Versand ab. Als Gegenleistung habe ich frisches Brot bekommen. Er war so duftend, dass ich gleich Appetit bekommen habe. Bevor ich es geschafft habe, mich umzudrehen und wegzugehen, hat die Bäckerin mich eingeladen, um mich auszuruhen und ein paar Buchteln zu essen. Was ist denn Buchteln? Die Buchteln waren fantastisch. Beim Essen habe ich nicht einmal bemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ich sollte zurück zur Siedlung gehen. Was sind denn bitte für Buchteln, Leute? Kennt ihr Buchteln? Allein das Wort klingt so kacke. Okay, ist egal. Wir nehmen uns die Dinge jetzt noch mit, wir haben ja drei Energie bekommen. Okay, wir haben nur zwei Körbe, deswegen können wir nicht weitermachen. Nehmt die Gefangenen! Hahaha! Hilfe! Lasst mich! Was ist hier los? Das sind Piraten und sie erfüllen meine Schwester. Ich muss ihr helfen. Die Verletzten lasst hier. Jeden Moment segeln die ab. Hilfe, Bruder! Wo bist du? Rette mich! Ich rannte in Richtung des Dorfes. Ich habe nur nach vorne geschaut. Das Einzige, an was ich gedacht habe, war, dass ich meine Schwester retten muss. In dem Moment spürte ich einen stumpfen Schlag auf den Kopf und plötzlich hatte ich schwarze Augen. Nach einer Weile. Ach, Hilfe! Im Kopf spüre ich ein schlimmes Brummen. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, aber als ich aufwachte, waren die Piraten weg. Mir wurde bewusst, dass ich meine Schwester verlor und ich habe angefangen zu weinen. Ich muss mich aufrappeln. Ich muss stark sein. Bestimmt finde ich eine Art und Weise, wie ich meine Schwester rette. Ich mache alles dafür. Okay, auf jeden Fall sind die... Wow, das ist krass. Also da war die Demo schon vorbei gewesen. Die Demo war irgendwo anders vorbei gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo. Irgendwo bei der Mühle. Ich glaube, man konnte kurz bevor wir zum Goblin reingingen. Der Goblin war ursprünglich gar nicht da gewesen. Da war nämlich ein anderes Monster gewesen, aber das ist egal. Okay, wir haben drei neue Leute. Sind die Braten schon weg? Mir ist es nur so gelungen, mich zu retten. Es ist nicht viel von meinem Geschäft geblieben, nicht wahr? Die Geschäftsfrau ist dem Piraten in den Wald entkommen. Jetzt macht sie sich Sorgen um ihr Geschäft und um ihren Helfer Severin. Ich denke, ich könnte ihr helfen. Okay, ich kann erstmal ein bisschen reparieren. Gut, sechs pro Energie brauchen wir dafür. Der Fischer Severin hat dem Piraten mutig Widerstand geleistet. Der liegt ja hier verletzt. Ich muss ihm helfen. Das ist ein Heiltrank, richtig? Genau, ein Heiltrank. Ich habe bisher aber keinen. Junge, hilf mir. Ich bin verletzt. Der arme alte Mann ist schwer verletzt. Ich muss ein starkes Medikament finden, um ihn zu retten. Okay, mal schauen, was hier sonst noch passiert ist. Da ist wieder eine neue Quest. Überall ein Pirat. Auf der Decke habe ich einen seltsamen Mann gefunden. Anscheinend ist er nicht ganz gesund im Kopf. Wer weiß, ob ich ihm irgendwie helfen könnte. Aber lass mich. Okay, ihm kann ich noch nicht helfen. Das ist schlimm, was im Dorf passiert ist. Bestimmt sind viele Verletzte. Die Kräuterfrau Jasmin gab mir drei Heiltränke, um die Verletzten im Dorf zu heilen. Sehr schön, danke dir, Jasmin. Danke, danke. Erstmal gehen wir ihm was. Der Heiltränke macht wahre Wunder. Es reichen ein paar Schlücke und der alte Mann kann schon auf seinem eigenen Bein stehen. Es tut mir leid, Kleiner. Ich konnte deine Schwester nicht schützen. Auf dem Gesicht des alten Mannes hat man gesehen, dass ihn die Entführung meiner Schwester genauso leid tat wie mir. Er hat uns beide sehr gern. Du musst deine Schwester finden. Du musst sie retten. Ich weiß, dass du es schaffst. Die Worte des alten Mannes gaben mir Mut. Ich bin entschlossen, bis ans Ende der Welt zu gehen, um meine Schwester zu retten. Ich werde nicht anhalten, bis ich sie nicht finde. Bis ich sie finde, wahrscheinlich. Hier, Junge. Nimm diese Karte. Du wirst sie auf deinem Weg bestimmt gebrauchen. Der alte Mann gab mir eine zusammengefaltete Lederkarte. Hoffentlich hilft sie mir, mich besser zu orientieren in dieser großen Welt. Okay, wo ist die Karte? Ach, da oben. Ich habe die Karte geöffnet, die mir der alte Mann gab. Es ist dort die unmittelbare Umgebung aufgezeichnet. Und der Rest ist leer. Bestimmt zeichne ich hier alles Wichtige auf, auf das ich stoße. Okay, seht ihr also was? Okay, wir sind noch wieder zurück. Ich bin entschlossen, aber auch verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich meine Schwester suchen soll. Ich habe gehört, im Westen ist eine große Stadt. Vielleicht finde ich gerade dort Hilfe. Wenn man ganz gut guckt, hier kann man dann sozusagen... Das ist hier die Bäckerei. Das ist hier der Anfang, wo ich gerade bin. Hier ist das X, äh... Ich glaube, das X markiert immer da, wo wir sind. Und... Oder... Ich glaube, schon da, wo wir sind. Und hier unten ist dieser Strand gewesen. Also könnte man theoretisch mal so quick... Quick jumpen. Oder quick, ja... So ein Schnellpfad halt. Und ihm noch den Haiertrank geben. Auf jeden Fall sehr danke, äh... Danke, 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 alter Mann. Silvia trank aus dem Halter und deshalb fühlt er sich besser. Er verrät mir, dass er über diese Piraten schon gehört hat. Sie werden gefür... Gefürchtet... Achso, sie werden gefürgt von dem Gefährlichsten von allen Piraten. Black Rose. Man munke, der ist verflucht und hat übernatürliche Kräfte. Das glaube ich ja nicht. Haben wir mittlerweile 15 Ruf? Ganz kurz mal gucken. 15 Ruf, wunderbar. Genau, exakt. Und ihr seht schon, wie viel Zeug wir im Inventar haben. Das ist so heftig. Okay, sehr nice. Okay, die Quest können wir abschließen. Gut. Gut, Junge. Jetzt bringe ich dir bei, wie man Fische fängt. Stimmt, das war's gewesen. Wir können jetzt Fische fangen. Wir sind alle verloren. Die Kräuterfrau Jasmin ist das ganze... Ist das ganze Heiltrank ausgegangen. Sie hat mich gebeten, neue Heilbären zu sammeln, damit sie einen neuen Heiltrank mischen kann. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal wirklich... Ja, wir brauchen eine Angelroute. Wir brauchen Leben ohne Ende... Oder Kraft ohne Ende und so weiter. Wir kommen hier geradezu nicht wirklich was. Ich hab aber keinen Korb. Muss ich mir den auch kaufen? Ich habe die Bäckerin nach dem Weg in die Stadt gefragt. Sie sagte, westlich von mir ist eine Farm. Danach ein Zauberturm und gleich hinter ihm liegt die Stadt. Es ist nicht weit, aber der Weg kann zu dieser Zeit sehr gefährlich sein. Ah ja, okay, also... Das hier war ursprünglich nicht da gewesen, glaube ich. Der Goblin, nämlich der Troll hier unten. Oh nein, auf dem Weg habe ich einen Riesentroll getroffen. Er hat mich gemerkt, aber er hat nicht angegriffen. Ich versuche mich vorsichtig zu nähern. Vielleicht lässt er mich durchgehen. Bleib stehen, Mensch. Ein Mensch darf nicht weitergehen. Menschen... Menschen müssen Essen geben, sonst dürfen nicht weitergehen. Der Troll ist offensichtlich sehr hungrig. Zum Glück will er mich nicht fressen. Ich muss ihm aber einen Haufen Essen bringen, sonst lässt er mich nicht weiter. 25 Brote. Okay. Ich denke, wir werden jetzt erstmal ganz kurz schlafen, rasten. Weil wir wirklich gar keine Energie mehr haben. Wir haben nichts, wir können gar nichts machen. Aktuell, wir werden, ich denke mal hier, Brot oder wir haben einen Korb. Ich glaube, den Korb kriege ich wieder, richtig? Wenn ich den... Ganz kurz testen, einfach mal. Ich glaube, den Korb kriegen wir wieder. Genau, ich habe den Korb wiederbekommen und 6 Energie. Ähm, theoretisch müsste ich jetzt... Genau, das sind die roten Beeren, die ich brauche. Ich brauche aber noch ein paar mehr Körbe. Die hat er, glaube ich, Körbe. Irgendjemand hat die Körbe. Ich weiß noch nicht genau, wer... War ja nicht irgendwo noch ein Händler gewesen? Wir können erstmal reparieren. Stimmt, also die war ja die Händlerin. Die Piraten haben den Chaos hinterlassen. Mit ein bisschen Mühe kann man alles reparieren. Okay, wunderbar, alles wieder heile. Jetzt ist sie hier vorgegangen. Ich danke dir, Jünglinge, du hast mir sehr geholfen. Die Geschäftsfrau ist froh, dass sie ihr Geschäft zurück hat. Und ihr Helfer Severin lebendig und gesund ist. Sie hat mir bessere Preise beim Händel versprochen. Sehr nice, auf jeden Fall kriegen wir jetzt mehr Körbe. Also 9 kostet ein Korb. Ich würde sagen, wir nehmen uns 3 Körbe mit. Und eine Angelroute brauchen... Hundert ist noch nicht die Angelroute. Kann sein, dass wir die noch... Habe ich das gekauft? Ja. Kann sein, dass wir die Angelroute irgendwann noch gebrauchen können. Äh, ob wir die irgendwo noch geschenkt bekommen, meine ich. Ich komme gleich direkt nochmal an Dings raushauen. Ich finde, einen Korb extra zu bekommen, ist wesentlich wichtiger, als nur ein Brot zu verbrauchen. Hier bei dem Schlafen. Okay, immer schön noch 9 Dinge auszuhalten kann sein. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt respawnt hier, das ganze Zeug. Oder ob das... Ich glaube, das war einmalig gewesen. So. Wieder was Rotes. Sehr schön. Das ist... Achso, die sind natürlich... Die Farbe der Gebüsche habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Das hier oben ist wieder rot. Ähm... Achso, 4 Holz. Genau, ich muss das Holz noch mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich keine Energie mehr. Ganz clever. Jetzt habe ich dafür auch keine Energie. Doch, ich brauche noch die Angelroute. Okay, ich habe hier die Heilbären gemacht. Ich danke dir, mein Freund. Die Kräutervorrag gab mir als Belohnung eine Sonnenlösung. Sie hat mir gesagt, dass sie sehr wertvoll ist. Sie wurde nur weit im Norden hergestellt. Sie kann Geist und Sinne wiederherstellen. Okay, kann man tauschen. Äh, also theoretisch könnten wir jetzt einmal Heilbären und einmal diese Honigblumen eintauschen. Und dafür können wir einen Heiltrank... Können wir durch das Machen? Warum nicht? Dann haben wir jetzt halt noch ein Dings mehr, ne? Einen Korb, einen leeren Korb. Oder haben wir den jetzt verbraucht? Ich glaube, wir haben den verbraucht, den Korb. Genau, dann haben wir jetzt eine Flasche bekommen. Die Flasche kann man aber, glaube ich, leer machen, soweit ich weiß. Oh, die Ecke. Er spricht mit mir. Werft den Anker, werft den Anker. Vielleicht hilft dem armen Willkopf die Sonnenlösung. Ach, wo bin ich, Matrose? Bring mich in meine Kabine. Auch wenn der seltsame Mann immer noch verwirrt ist, kann man sehen, dass sein Verstand wieder kommt. Oh nein, mein Schiff! Ich kann mich erinnern. Der seltsame Mann kann sich an seine Vergangenheit erinnern. Er heißt Damian und er war Kapitän des Königsschiffs, das an die Piraten gestoßen ist. Das war der verfluchte Pirat. Er wird die Black Rose genannt. Käpt'n Damian erzählte mir, wie sie den Kampf mit den Piraten verloren und wie deren beschädigtes Schiff am Strand scheiterte. Für meine Hilfe hat er mir erlaubt, etwas von seinen Sachen zu nehmen. Er hatte dort nicht viel. Am Ende habe ich einen alten Säbel genommen. Ja, dankeschön. Damit kann ich jetzt den Dings kaputt machen da oben, den kleinen Gobbo. Gibt es da noch irgendwas? Nee, wa? Habe ich noch Energie oder ist das jetzt... Ja, Energie ist leer. No Energie. Energie, da müssen wir mal ganz kurz schlafen. Was haben wir noch hier an... Okay, zwei haben wir noch. Das ist okay, nehmen wir den Patienten mit. Schlafen wir mal eine Runde. Lassen die Nacht an uns vorbeischreiten. Okay, sechs Energie, einen Korb dazu bekommen. Ich brauche hier, glaube ich, acht Energie, richtig? Für den Hässlern hier? Nee, noch nicht. Doch, acht. Ähm, okay, wahrscheinlich hatte ich vorher zwei gehabt. Hätte ich mal raufgucken müssen hier rauf. Anscheinend zu acht mein Maximum aktuell. Oder ich kann das decken, das kann auch sein. Nee, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. So, ähm, wir gehen mal... Ich will irgendwie raus... Da unten ist es raus aus der Höhle. Äh, ja. Ich wollte raus aus der Höhle. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Sehen uns im nächsten Mal wieder von Hero of the Kingdom 2. Wir gehen mal ganz doch wieder ins Hauptmenü zurück. Und dann da. Da ist das Hauptmenü von Hero of the Kingdom 2. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann, Leute. Bye, bye.